Hallo und herzlich willkommen beim nächsten Video in dieser Videoreihe zum Mathematik macht Freunde Arbeitsblatt Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung. In diesem Video dreht sich alles um das Thema Startwert. Und zwar kannst du nach diesem Video den Zusammenhang zwischen der Wahl von klein a und einer vertikalen Verschiebung erklären. Und du kannst erklären, warum wir a überhaupt als Startwert bezeichnen. Und damit jetzt überhaupt klar ist, wovon die Rede ist, schauen wir uns am besten gleich das nächste Fenster an. Und zwar für jede reelle Zahl klein a erhält man mit Groß f von x ist gleich das bestimmte Integral in den Grenzen von a und x von klein f von t dt eine Stammfunktion von klein f. Das ist mittlerweile jetzt schon ein alter Hut für uns und außerdem zur Wiederholung der erste Teil des Hauptsatzes. Die beiden Stammfunktionen x abgebildet auf das bestimmte Integral in den Grenzen von 0 und x von klein f von t dt und x abgebildet auf das bestimmte Integral in den Grenzen von 42 und x von klein f von t dt unterscheiden sich, wie wir jetzt wissen, an jeder Stelle um eine bestimmte Konstante. Und nun wollen wir herausfinden, wie diese Konstante von der Wahl des Startwertes abhängt. Dafür betrachten wir als nächstes die folgende Differenz. Und zwar schauen wir uns jetzt einfach an, was passiert, wenn wir von dem einen Ausdruck den anderen abziehen. Beide Ausdrücke sind Vorschriften für Stammfunktionen von klein f und diese beiden Stammfunktionen unterscheiden sich an jeder Stelle genau um eine Konstante c und die wollen wir ermitteln, indem wir diese Differenz hier betrachten. Wir werden jetzt für das Ermitteln dieser Differenz einen kleinen Trick verwenden und zwar tun wir jetzt so, als wäre dieses x eine konkrete Stelle auf der ersten Achse. Also wir zeichnen hier ein x ein und nun wollen wir die Konstante c so anschaulich wie möglich ermitteln. Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere das Video und ein kleiner Tipp, arbeite mit grundlegenden Eigenschaften des Integrals. Ich nenne das ganz gern Puzzlespielen, also überlege dir, in welche Teile du die Flächen hier zerlegen kannst und überlege dir, wie dir das helfen kann, die Konstante c zu ermitteln. Also gut, welche Flächen werden wir betrachten? Insgesamt betrachten wir jetzt zunächst einmal die Fläche unter dem Graphen von klein f im Intervall 0 bis x. Also wir betrachten diese jetzt blau schraffierte Fläche. Der Inhalt dieser blau schraffierten Fläche entspricht ja genau diesem bestimmten Integral hier. Nun wollen wir diese Fläche in Teile zerteilen, sodass es für uns Sinn macht. Am meisten Sinn macht es für uns, hier bei 42 die Fläche zu zerteilen. Warum? Diesen Teil hier, den Inhalt dieses Teils, den kennen wir. Der Flächeninhalt dieses Teils hier entspricht nämlich genau diesem bestimmten Integral. Und jetzt auf die Frage, was passiert, wenn wir von dem hier das abziehen? Na, dann bleibt uns genau dieser Teil hier übrig. Also, das Ergebnis dieser Differenz ist genau das bestimmte Integral in den Grenzen 0 und 42 von klein f von t dt. Das ist jetzt nicht mehr von x abhängig, also das ist jetzt einfach eine reelle Zahl. Und eben genau die Konstante c, die wir gesucht haben. Gut, und zum Abschluss gehen wir jetzt noch ganz kurz auf die Frage ein, warum wir a überhaupt als Startwert bezeichnen. A ist ja genau die untere Grenze bei dieser Integralfunktion. Und eine Stammfunktion, die so gegeben ist, ist vertikal dann genau so verschoben, dass F von a gleich 0 gilt. Das bedeutet, in gewisser Hinsicht fängt F bei a an.